Prof. Dr. Markus Stücker ist leitender Arzt am Venenzentrum der Dermatologischen und Gefäßchirurgischen Kliniken der Ruhr-Universität Bochum und geschäftsführender Direktor der Klinik für Dermatologie der Ruhr-Universität Bochum. Seit über 25 Jahren wird hier das gesamte Spektrum an Venenleiden behandelt. Dies umfasst Thrombosen, Stauungssyndrome, Lymphödeme, Beingeschwüre und als Schwerpunkt Krampfadern. Warum bilden Krampfadern einen Behandlungsschwerpunkt? Krampfaderleiden sind eine häufige Erkrankung. Jede fünfte Frau und jeder sechste Mann in Deutschland hat ein behandlungsbedürftiges Krampfaderleiden, was wir kompetent als Dermatologen und Gefäßchirurgen behandeln. Woran erkennen Patienten, dass etwas mit den Krampfadern nicht in Ordnung ist? Gibt es Alarmzeichen? Krampfadern sind häufig von außen schon sichtbar. Man muss dann überlegen, sind diese Krampfadern nur eine kosmetische Problematik oder steckt mehr dahinter. Alarmzeichen sind sehr große Krampfadern, die dicker sind als drei Millimeter. Weitere Alarmzeichen sind ein schwere Gefühl, eine Schwellneigung am Unterschenkel, im Knöchelbereich oder sogar Hautverfärbungen. Es kann zu braunen Verfärbungen kommen, es können juckende Ausschläge entstehen, Verhärtungen, Vernarbungen bis hin zum offenen Bein. Ein weiteres Alarmzeichen sind auch Krampfaderblutungen. Wenn die auftreten, ist das immer ein Zeichen für ein fortgeschrittenes Krampfaderleiden. Diese Blutverluste können ganz erheblich sein, sodass man da auch wachsam sein muss. Gibt es Fälle, bei denen Sie die Lasertherapie bevorzugt verwenden? Gibt es Situationen, die dagegen sprechen? Das Laserverfahren ist für Situationen gut geeignet, wo wir es technisch einfach einsetzen können. Das ist insbesondere bei geradlinig verlaufenden Venen am Oberschenkel und auch an der Unterschenkelrückseite gut geeignet, von denen dann die eigentlichen Krampfadern ausgehen. Besonders gefragt ist das Laserverfahren bei Patienten, die eine kurze Ausfallzeit nur haben wollen. Also jemand, der direkt am nächsten Tag wieder arbeiten möchte, jemand, der kurze sportliche Ausfallzeiten haben möchte. Wir haben viele Leistungssportler, die trotzdem Krampfadern entwickeln und die dann eine kurze Unterbrechung ihrer Trainingsphase haben wollen. Für solche Patienten sind Laserkatheter gut geeignet, insbesondere Radialfaserkatheter, bei denen man eine ganz genaue Dosierung der Laserenergie auf die Krampfader erreichen kann. Krampfadern, die sehr stark geschlängelt sind, die sehr erweitert sind, können unter Umständen eine Grenze darstellen, wo wir mit dem Lasern nicht auskommen, sondern wo man minimalinvasiv operativ tätig sein muss. Auch das minimal-operative Vorgehen ist heute schonend und in vielen Fällen ambulant möglich. Gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene Verfahren miteinander zu kombinieren? Bei der Krampfaderbehandlung ist es heute Standard, verschiedene Verfahren miteinander zu kombinieren. Ziel ist immer, möglichst wenig Invasivität auf der einen Seite, möglichst große und nachhaltige Effekte auf der anderen Seite. Und so wird man häufig die großen Stammvenen mit einem Laser behandeln, stark geschlängelte Venen minimalinvasiv chirurgisch in der gleichen Sitzung entfernen und dann die ganz kleinen, vielleicht nur kosmetisch relevanten Besenreiser und retikulären Venen nachveröden.